So, wir machen noch eine Hardware 2 Session. Wir gehen jetzt in Color-Color rein und werden mal schauen, was da Sache ist. Da sind ja die Leute geflohen alle und Flüchtlinge sind zurückgereist, die ich aber nicht wiedergefunden habe. Was ich eh nicht verstehe, weil das Spielmeer hier dann, sag ich mal, so einen Marker setzt und sagt, ach Spuren von Flüchtlingen, verfolgt die mal und dann sieht man die trotzdem nicht. Vielleicht sind sie im Dorf, vielleicht sind sie in der Stadt, wo alle hergeflohen sind. Eine schäbige Stadt in den nördlichen Tälern von Oregon. War einmal ein Zufluchtsort für Holzfäller. Als wir Color-Color näher kamen, spürte ich, wie es mir eiskalt den Rücken hinunterlief. Dieser Ort fühlte sich verflucht an. Wir hatten gute Gründe, diese verfluchte Stadt zu betreten. Flynn musste ihr Ding mit den glühenden Spuren des Geisterzugs machen. Kampf beginnen. Nach dem Dialog. Benutze die Fähigkeiten der Bande, um die Wiedergänger zu töten. Schließe das Szenario ab, bevor die Zeit abläuft. Kämpfe dich bis zum Versteck der Dorfbewohner durch. Achso, ich kann hier die Waffe nicht wegnehmen. Eine Grundwaffe brauchen die. Hm. Was echt doof ist, weil sonst würde ich nämlich gerne die Waffe tauschen. Da muss man hier echt tricksen. Dann kriegst du die. Gehen wir wieder zurück. Kriegst du die Waffe. Bei die Bullseye Chance. Chance ein Buff. Um 15% erhöht wird. Und du kannst dann wieder die Schrotpinne zurückhaben. Dann Wohlbefinden wieder besser. Ja, ich habe jetzt nicht mehr so Brustschmerzen wie vorhin. Und jetzt geht's. Besser. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich... bring greetings. Bitter? Ich? Ich liebe das. Geh dein Zeit. So, das wär ein Zehner-Kill. Dann sollten wir am besten... Mit dir eben runter. Dann kriegst du schon mal deine Aktionspunkte wieder. Oh, ne. Ne, du musst eh an die Wand. Oh. 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 Dann kann er mit drei Hits den daneben töten. Da habe ich auch wieder beide, also habe ich auch direkt wieder drei Aktionspunkte zurück. Außer er verfehlt einem, aber im Nahkampf passiert das selten. Ich denke jetzt ganz viel nach, damit ich glänze. Hinten wäre noch der eine Zehner. Wobei, alles schaffe ich nicht. Das wird nicht hinhauen. 17% Chance. Ich bin noch nicht gut gewöhnt daran, dass ich halt, dass man eigentlich auf dem Spiel, also man spielt ja eigentlich das Spiel wirklich auf. Du musst halt versuchen, so viel wie möglich die Aktionspunkte wieder aufzufüllen. Und dabei so viele wie möglich erledigen, wenn möglich. Also das Beste will ich machen aus seinen Aktionspunkten. Das ist eigentlich, ich kenne kaum ein anderes Spiel in die Richtung, was da so intensiv hinterher ist. Okay. 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 Müssen wir mal gucken, wie weit die mit der Shotgun schießen kann. Wird mir gerade nicht viel bringen. Ich will mit dem den letzten Schuss noch nicht machen. Oh, was ein Glück. 20% Chance auf Crit und der hat's gepackt. Beziehungsweise gerade waren's noch 19%. Weil der kriegt ja immer ein Prozentpunkt mehr Crit-Chance, umso mehr der tötet. Done and done. Shit, da ist noch einer. Oh mein Gott, er macht noch ne Crit. Deshalb, ich hab eine Mission ohne Laughing Deer gemacht und es ist halt einfach schrecklich. Laughing Deer ist einfach so wichtig für jegliche Taktik in diesem Spiel. Jetzt wird das leider enden bei ihm. Give me back my breath. Take your time. Weil er halt in der Deckung trotzdem rein muss. Und tauschen mit ihm, dann hast du auch ne Halbdeckung, hoffe ich, da hinten. Ah shit du. Ah ne, falsche Waffe. Kannst auf jeden Fall von hier aus noch jemanden sehen. Machst du den einmal eben? Guten Abend, Seuche. Ja, das ist... Das ist jetzt das, was kacke gelaufen ist. Bei ihm komm ich jetzt schlecht ran. 50%. Kein Glück, aber vielleicht hab ich generelles Glück. Ne. Und ich werde jetzt nicht Dynamit dafür opfern, dass ich hier den letzten noch umnieten kann an der Ecke. Steady now. Das macht auch nur zwei Schaden. Bringt nix. What's the rush? Give me back my breath. Give me back... Did you kill me? Ah, super. Die heilen sich ja selbst. Das wusste ich natürlich leider nicht. Das ist mitzündigst. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, das gibt's doch nicht. Habe ich's zu gut gemeint. Das ist der Weg, ne? Weil der normalerweise da hochklettern würde. Er ist mein! Oder ich täusche mich, der kann gar nicht mehr da hochklettern. Doch. 50% von unten ist jetzt ein zu großes Risiko. So. Mach mal so von der Seite. Here I go. So, geh nach vorne, dann kannst du das hochklappen und du kannst danach noch den Kopf einziehen. Dann bist du da schon mal nicht mehr zu treffen. Und ihr beide macht dasselbe. Nochmal 25% Abzug. Und der hinten hat ja eh ne Volldeckung. Mein Gott, man hat ein Rundenlimit von neun, äh, oder zehn vorhin. So, das wird jetzt ne leichte Nummer. Dann hast du ja nur sieben Grundschaden. Achso, weil er nicht so weit läuft. Ich bin bereit. Ich habe das. Oh, der Regiments-Download ist abgeschlossen. Da kümmern wir uns morgen drum. Wo ich mich vor einer Stunde bemustert. Gibt halt andere Welten, äh, andere Länder, andere Zeiten. So. Wie durch die Mitte irgendwie gehen, gibt's wahrscheinlich nicht. Der Weg ist wirklich durch diese mittlere Lagerhalle. Wo noch mehr Wiedergänger natürlich drinnen sein werden. Will do. Logisch. Ich weiß nicht, ob Wiedergänger logisch sind. In der Welt wahrscheinlich schon. In unserer Welt eher weniger. Bei uns sind die meisten, äh, Wiedergänger aus Filmen, die ich kenne, meistens... Ja, Nazis. Nazi-Zombies. Das ewige Stilmittel. War mir sehr irritierend, dass die keinen Overwatch haben in dem Spiel. Um mal so Gebiete abzusichern. Ich lass' ja Feinde eigentlich gern kommen. Ja, du wirst deinen eigenen treffen. Ist natürlich grad nicht perfekt. Was? Oh shit! Ja? Ich bin noch hier. Ich habe noch 15 Schaden in derselben Runde. Wie sieht es aus mit Two Point Campus? Äh, Two Point Campus wird also zur Zeit noch nicht, aber normalerweise ja. Hm. Gute Aussage. Wann hängt die hier draußen fest? Ah ne, ich komme gar nicht ganz hin. Das sind zwei Punkte, die ich verbrauchen müsste. Okay. Ähm. Müssen wir es doch anders machen. Ah, das ist so schwer. Ähm. Was ist das? Was ist die Waffe? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wird den lieber beide töten lassen sollen, um seinen Kiffwert weiter zu erhöhen. Danke fürs Folgen Hoshi. Es tut mir leid, dass ich jetzt vorher nicht bei allen gesagt habe, danke fürs Folgen, weil ihr was in den Chat schreiben wolltet. Ich habe in dem Moment nicht so dran gedacht, war ein bisschen überfordert. Hm. Bente. Bente. Okay, da drin ist so kein Gegner mehr. Gehen wir rüber, tauschen. Dann habe ich ihn genau im Schuss. Er kann Schaden machen und er kann noch zweimal, also ich hoffe, dass er zweimal noch auf ihn draufschlagen kann, aber ich glaube, das sollte schon machbar sein. Warum sind das zweimal 25% Chancen, dass der ein Crit macht? Die Erde, in meinem Herz. Hammer. Guten Abend, gerne für das Folgen. Schau bei YouTube etwas über so einen Militäraufbau-Ding. Du hast dich für ein Abo bedankt, also ging ich davon aus, dich bei Twitch zu finden. Und online bist du auch noch. Das ist Zufall. Boah, vielen Dank. Vielleicht sieht man sich ja häufiger hier. Und ich glaube, du hast mit Militäraufpening meinst du One Military Camp, was wir die Tage mal angespielt hatten. Ich glaube, es war One Military Camp. Was so ein bisschen wie Two Point Hospital ist oder Two Point Campus, was jetzt kommt. So ein bisschen das humoristische Armeelager aufbauen. Was aber so Anleihen von Evil Genius 1 oder 2 hat. Haben mir ganz gut gefallen, aber es ist leider noch ein bisschen länger hin, bis das kommt. Aber immer noch ein paar Demos, die aktuell verfügbar sind, wo ich noch reinschauen muss. Wie das aktuelle Fest wieder sind ja einige Demos wieder verfügbar. Aber da muss man auch einfach die Zeit für finden. Weil wenn, dann willst du auch in die Demo eine Stunde reinschauen. Und nicht nur mal eben fünf Minuten durchklicken. Aber in Loving Deer noch die Möglichkeit hätte, irgendwie einen anderen Knüppel zu haben. Mein Gott, da sind ja nur einige. Scheiße. Ich habe nicht das Durchschießen. Da habe ich Coolan drauf. Geht's auch. Deine Fähigkeit bringt mir gerade nichts, weil du einfach noch keinen Plan bekommen hast. Das bringt ja erst richtig was, wenn er richtig einen auf den Deckel bekommen hat. Hm. Ja, für eine Demo sollte man sich zeiten. Man möchte auch ein Statement am Ende geben, ob es gut oder schlecht wäre. Nichts, wenn du 5 Minuten klickst, sagst, dass mega deine Fans kaufen und fragen sich, ob du bezahlt wirst, ach, weil ich so ein bisschen nicht mehr so kritisch bin wie früher, weil ich mal selbst versucht habe, Spiele zu entwickeln ein bisschen oder das mir beizubringen und eigentlich auch Entwickler im Web-Bereich war früher, habe ich da immer eine relativ, man muss ja trotzdem sagen, selbst wenn ein Spiel nicht gut ist, Leute haben da richtig viel Zeit reingearbeitet und das macht mich so ein bisschen lasch bei solchen Sachen. Also ich glaube, viele Entwickler machen das halt auch nicht on purpose, also Entschuldigung, mit Absicht, wenn ihr Spiel am Ende nicht die Erwartungen erfüllt, die es eigentlich haben sollte. Vor allem bei sehr großen Produktionen sind sie da, glaube ich, auch als Entwickler irgendwann einfach die Hände gebunden, weil so viele Köche inzwischen da mitwirken. macht das Ganze nicht leichter. Haben wir irgendeine Chance, seine Shotgun vernünftig zu nutzen? Also effektiv kann er den einfach wegkloppen. Hahahaha! Das ist supposed to be the Hard West, not the Deadlands. Egal, was ich gerade mache... Ich werde zu keiner guten Position kommen. In my skull. Strange. No pain. Du kannst niemand sehen von da aus. Verdammt. Ah, ich hatte über Winkel schießen können. Ah, das vergesse ich leider manchmal. Wir wurden vor ein paar Minuten geradet. Sind einige vom Raid natürlich dabei, die dann inzwischen los sind wieder. Und wir haben auch erst vorhin angefangen. Wie gesagt. Weil wir müssen eigentlich zweimal kritten. Damit das funktioniert. Einmal gekrittet. Aber wenn der... Oh, der geht down. Wenn ich den jetzt nochmal schlagen lasse... Komm, hau ab. Ja, wir haben einen relativ ruhigen Chat hier. Ja, die Finn, die steht scheiße mit der halben Deckung da unten. Und danke, Barok, übrigens für den Primed Up und die beiden geschenkten Abos. Dankeschön. Scheiße. Jetzt können wir anders an die Sache rangehen. Remember. Fire. I remember. Death. Let's get this over with. So, einmal nach vorne. Ihn kurz töten. Dann kriegst du wieder deine drei Punkte. Jetzt noch einen Schritt nach vorne. Tötest ihn. Noch einen Schritt. Gute Nacht, Jack O'Neill. Eine schöne Nacht dir. Schlaf gut. Und die beiden. Boah. Und dann kannst du von hinten den noch anschießen. Das macht gleich Laughing Deer hier fertig. Früher war unter ein paar Videos bei mir geschrieben, ob ich Gronkh imitieren würde, aber ich kann an meiner Stimme nichts verändern. Es ist halt auch meine Stimme. Wo manche Leute sagen, dass das sehr angenehm ist. Ich habe aber letztens erst jemand wieder kennengelernt. Da habe ich eine Sprachnachricht geschickt. Dann fing die direkt an. Ach, du hast aber eine angenehme Stimme. Machst du irgendwas mit, äh, machst du irgendwas beim Radio? Und du denkst einfach nur so, äh, naja. Nö, eigentlich nicht. Warum ist das gar kein Kompliment, weil bei Radio alle extrem stark Mitteltöne, also Höhen und Tiefen sind beim Radio ja komplett raus. Und es werden ja nur Mitteltöne gepitcht. Bei allem, was mit Sprache zu tun hat. Beim Sextelefon. Gute Nacht, schlaf gut, Hoshi. Ja, mach die plus vier. Wobei Heilung hier echt schwierig ist. Danke, 31er, für die fünf Subsidie für Schenks. Oh mein Gott, das hat Lord Cutco getroffen. Man merkt aber schon, dass, ähm, vor allem Geschenksabs meistens wirklich die Leute treffen, die hier auch wirklich aktiv zugucken. Also Twitch achtet schon darauf, dass er es Leute trifft, die hier, ähm, als Zuschauer vermehrt sind. Danke fürs Folgen, Cyberghost. Cyberghost. Also ich drücke zum Glück nicht so viel Bass in meine Stimme rein, äh, über das, ähm, über das, ähm, über das Software-Mischpult. Weil ansonsten würde ich mich wahrscheinlich wirklich wie bei Gronkh anhören. Was jetzt nicht schlimm ist. Respektiere Gronkh. Gronkh ist ein netter Typ. Also muss ich was schreiben, damit ich ein Abo geschenkt bekomme. Nee, es ist, glaub ich, auch damit zu tun, äh, mit Zuschauern direkt. Also generell. Ich glaub, dass, äh, Twitch das schon berücksichtigt. Dass wenn Leute, also im Chat oder generell, auch wenn jemand grad nicht da ist, wurden schon Subs verschenkt an Leuten, die gar nicht gerade am Gucken waren, aber die halt sonst da waren. Und die kriegen dann, sag ich mal, bei so einer Verteilung den Sub raus. Ja, Watchtiming aktiv scheint damit reinzuzahlen, wenn man random verschenkt. Danke, 31er. Jetzt denken alle, dass du direkt Subs verschenkst, wenn jemand fragt. Ich glaub, alle stehen in der Volldeckung. Moment, Kohle sichern? Wo war denn die Kohle? Ach, da oben. Ich... ...remember... ...Fahr... ...I... ...remember... ...Dat... ...You will... ...You will pay... ...Das wär's, wenn die mich in der Volldeckung da hinten treffen. No... ...Breath... ...In der Oma war auch richtig scheiße. Weil die alle eine Deckung haben. Da bist du zu nah dran. Also ganz knapp zu nah dran, dass ich nicht genug Schaden mache, den zu töten. Das Fass ist nicht zur Explosion da, das Fass ist zum Ablenken da. Also du kannst einen Schuss darüber ablenken, um vielleicht eine höhere Trefferchance zu haben. Das ist der Trickshot. Aber ich finde meistens, äh, finde ich die Situation schwierig, den zu benutzen. Weil, wie du jetzt gerade hier siehst, die Trickshot-Möglichkeiten bringen dir keine Vorteile. Das ist schon okay erstmal. Der steht ein Feld entfernt von der Wand. Der hat keinen Schutz zu der Seite. ...Eins... ...Nein, nicht nochmal schießen. Hier ist es noch ein Stück nach vorne. Aber gut, da ich dem die andere Waffe gegeben habe, die ein bisschen mehr Schaden macht. So, das ist halt nächste Auffüllung. Dann gehst du in die Ecke. Den kannst du jetzt auch wegnehmen. Den kannst du schwächen. Oh, super. Bonuskill. Normalerweise hat er das Laughing gemacht. Aber dann kann ich mit Laughing-Deer durchrennen einmal und direkt die Kohle sichern hier hinten. Oh, läuft echt gut. Nein, ich hab's gesagt. Scheiße, jetzt wird's schlecht laufen gleich. Ich weiß das ganz genau. Ich kenn das Spielchen doch, wenn ich meinen, dass es was gut läuft. Ich hab den jetzt schon hier rüber an die Wand gestellt. Er hat wenigstens halbe Deckung von gegen ihn gegenüber, weil er halt echt kacke steht. Da komm ich grad wirklich schlecht dran. Außer ich würde jetzt tauschen. Da scheinen ja noch mehr Wiedergänger im Haus zu stehen. Und das würde mir gar nicht so viel helfen, weil er kriegt ein HP Schaden. Und wäre hier eine Volldeckung zu Old Man, bringt mir auch nix. Und Jin kann nur fünf Schaden machen an dem. Wenn ich treffe. Und hier von da oben da mit 50% Chance ist ja auch nicht gut. Ach komm, vielleicht. So, gehen wir auch nochmal sicher oder versuche ich es einfach so. Mit dem Glücksschuss. Komm. Sehr gut. Jetzt erstmal hier hin. Ja, Quicksave. Ich mach schon. Kopf einziehen. Du auch Kopf einziehen. Du auch. Jetzt hab ich noch drei Runden. Oh nein. Sprengstoff, Bruder. Oh, du erreichst niemanden von hier aus. Schmerz. Oh, du meinst. So, ich cross das razier. ņ Ich muss diesen Sprengstoff-Budy da rauskriegen, weil die richtig kacke sind. Deshalb die zwei benutze ich jetzt, um Flynn nach vorne zu kriegen. Ich nehme eine normale Pistole. Das ist okay. Weil er reicht denn jetzt hiermit? Da muss er aber vorher einen Treffer kassieren von ihm. Ich finde es so toll, um aus der Deckung einfach mal Gegner rauszuhauen. Widergänger, Widergänger, Widergänger. Wolltest du jetzt das Blau-Dynamit, könntest du die da unten alle erledigen. Aber so ist das einzige, was du machen solltest, wirklich abhauen. Gibt es keine bessere Deckung irgendwo? Nee. Oh. Ich habe mich auch da draußen einfach an die Seite stellen können. Ja. Nicht drauf gereicht. Ich dachte, die geht durchs Fenster. So, mit dir reingehen und jetzt einfach die Leute da drin kloppen, bringt auch nix. Das ist auch noch Einzug. Das ist auch ein Sprengstoff, Bruder. Ist ja Bruder. Oh mein Gott, Bruder. Dieser heißt ja im Englischen. Sprengstoff. Sprengstoff, Brother. Demolition, Brother. Das war dieser. Syng, Bruder, was ich verletze? Ja. Nicht das Viertel. trophisch. Ja. 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 Ja? 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 Moment nochmal. Fine. Looking for trouble? Leave it to me. Hold on to your lunch. Guten Abend, Test. Raus mit dir. So, ich mach einmal Quick Save, weil ich bin... Ich hab den Plan nicht zu Ende gedacht. Ich hoffe trotzdem, dass alles gut funktionieren wird. Haua! Ja? Haua! Auf jeden Fall schonmal den töten. Scheiße, er sieht den da hin. Wenn du das Schraubchen stimmst, dann wird es ausgeliefert. Wird ich erstmal da hin? Ja, du kannst leider, äh, keinen weiteren Angriff machen. Nee, wenn ihr den jetzt kaputt macht, wär das schlecht. Gehen wir auf die andere Seite, kürzen wir schon mal ein bisschen ab. Scheiße, komm. Nein, warum hab ich so'n scheiß Pech? Scheiße. Ja. Ja. Baaah! So ein Scheiß, ey. Es kommt nicht hin. Ich glaube, das ist das Schnellspeichern von gerade. Ich würde es gerne nochmal versuchen. Damit ich den Bonus kriege. Mein wertes Befinden ist okay. Moment mal. Übrigens danke für die 15 Euro Spende, Freund. Komm Lars. Tut mir leid. Ich habe da Notifications-Probleme hier. Das kriege ich erst immer auf dem Handy da mit. So die Grundidee war doch nicht verkehrt. Dann würde ich es wieder da hin. Ich könnte ja versuchen, Old Man noch durchzukriegen. Aber es ist es auch. Doch. Wir machen das nämlich jetzt anders. Der fällt raus. Ich habe mich zu sehr auf den, auf den Deer verlassen da hinten. Wobei ich wollte ihn eigentlich bis durchs Fenster kriegen und dann mit dem Gewehr auf den hier schießen. Oh, das Ding speichert anscheinend. Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon wieder mit 30% hier verkacke. Damit du halt nicht speicherst und neu laden kannst und daran was verändern. Ah, scheiße. Aber es muss doch möglich sein. Ja, ich hab... Ich weiß doch, was... Es tut mir leid. Dr. Reload schlägt zu. Also effektiv tut es mir nicht leid. Weil es mich gerade einfach nur... Gehst du gleich nochmal joggen? Will ich gleich nochmal joggen gehen, werde ich mich morgen nicht mehr bewegen können. Ich muss einen Tag Pause machen. Vor allem, weil ich morgen Mittag... In den... In den Tor reingehe. Und davor noch unterwegs sein werde. Dann würde ich das nicht hinkriegen. Das ist der letzte Versuch, es, äh... Zu schaffen. Aber es fuchst mich gerade so. Machen wir das jetzt doch so. Oh... Bad. So ganz leicht abgeweinertes Vorgehen. Nein, das kann nicht wahr sein! Seht doch nicht so einen Scheiß! Das Spiel will mich einfach nur verarschen gerade. Das ist glaube ich die Bestrafung fürs Nachladen. Oh nee. Nee. Da ist übrigens noch ein Fehler, finde ich, dass du nicht bestimmen kannst beim Nahkampfangriff, wie bei XCOM 2, an welche Position du dich umgegner stellen willst. Hier wird ja die Position aufgezwungen. Weil sonst wird dir zum Beispiel bei Laughing Deer ja einen Zug geklaut. Ich werde. Ja? Ja? Sie haben uns ausgesprochen. Gut. Diese schöne Kampagne wird nicht zu Ende. Es wird jetzt nochmal gehen. Oder? Kostet das gar keinen Zug? Achso, ich hab 36% Chance nur zu treffen durch das Fenster, was ein Unsinn ist. Warum geht der nicht einfach rein? Oh nein, der macht nur 5 Schaden. Danke Barock für die Bits. Es ist zwar schade um das blaue Dynamit, aber nee, ich will das in der Runde jetzt abschließen. Was? 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 Äh, nochmal... Doch nochmal danke Barock für die Bits und für die Geschenksubs. Danke sehr. Das ist heute einen guten, spendablen Tag. Aber hier mit Fähigkeiten töten in der Bande, das ist halt auch manchmal nicht so passend. Ich weiß nicht, dass eine gute Bande in jeder Situation zusammen bleibt. Was? 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 Was?